Unter den Käsefelsen Und damit Willkommen zurück, Seidgrüßt mit den Zwerge, Genome, Hobbits und Edelme zu einem neuen Part Super Mario Odyssey mit dem Zwergenfrost Hier gehts mal wieder weiter Ein Herz für Mario in der Münze Wir sind im letzten Part im Schlemmerland angekommen Und heute gehts hier direkt weiter Im Schlemmerland auf dem Käsefelsen Da waren wir hoch Da drüben gibts noch irgendwo was Da gibts noch die da in Münzen Wenn wir da ankommen Weiß jetzt nicht Das pinke Zeug ist hier brennend heiß Da sollte man nicht reinspringen Irgendein weiteres Nicht bis wann Hilfe gefunden haben Was uns jetzt überleben lässt Was duftet hier so lecker So köstlich Es ist hier alles zuckerig Überzogen Naja ich weiß ja nicht Solch Zucker, Glasur, Sachen Bin ich jetzt nicht der größte Fan von Generell Süßigkeiten habe ich mir abgewöhnt Willkommen auf der Mausspitze Der Ort an dem kulinarische Träume wahr werden Ich wünsche dir nun allzu gerne alles Ich würde dir nur allzu gerne alles zeigen Leider steht uns momentan die Brühe bis zur Hals Ok Ok Schlemmerplatz Kleine Sprecherboot Save the point Ok Wo ist das Problem Der Vogel Der Vogel da oben Ist einfach aus dem Nichts aufgetaucht Und hat sich unseres Topfes bemächtigt Und auch noch ausgerechnet dann Als wir einen Nachschlag unseres berühmten Schlemmer-Eintopfes zu breiten wollten Alle hatten sich schon darauf gefreut Sich nochmal ordentlich die Bäuche vollzuschlagen Ok Wir sollen den Vogel jetzt verjagen Das ist wohl heute unsere Mission Wir beseitigen den Vogel Wohin ist eine Vogelschreiche Ungefähr so Na so nicht So fällt man So stirbt man Hier ist auch kein Hofkommen mehr So So Aber irgendwie kommen wir da auf die Säulen Irgendwie So weit noch springen können Oh Ich sehe schon einen Hutlan Einen Klamotlan Im Allgemeinen Ok Können wir dann so weit springen Ohne einen Dreifachsprung Bestimmt Ich lasse es aber trotzdem erstmal bleiben Ok Was haben wir hier Wenn du eine Rübe findest du sie einfach in meinen Topf Wenn es eine Goldrübe ist passiert etwas ganz tolles Mützenregen Eine Rübe Eine Rübe Wofür nehmen wir hier eine Rübe Gibt diese Dinger hier Oh das hat jetzt aber nicht geklappt Früher war es total einfach den Berg hoch zu kommen Jetzt ist der Fahrt zur Spitze völlig unbrauchbar Einzige Möglichkeit jetzt zum Eintopf zu kommen ist irgendwas mit Flügeln 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 wirst du dir kaum wachsen können Wir werden jemanden finden der fliegen kann Siehst du dort oben den Bratzen Fleisch Klar Sieht ja ein Blinder Aber ein Glück schielt der Vogel Das hat ihn nichts bemerkt Das hat ihn nichts bemerkt Doch kann nicht mehr lange dauern Und er schnappt sich den Bratzen Ist nur eine Frage der Zeit Und hier haben wir so ein Was Dings Ich weiß gar nicht wie die heißen Aber da können wir hier hin Auf den Zuckerberg Salzhaufen Nicht Zuckerberg sondern Salzhaufen Das ist so ein Schleckzeug So ein Zeug was hier immer Das kennt man von Von diversen Süßigkeiten Wie heißen sie diese Das ist dieses Lecksalz Was dann immer auf diesen Süßen Lannis drauf ist Und man dann Was dann immer so zerplatzt auf der Zunge Was dann immer prickelt Oder so ein Prickelsalz Und das wird sein Dieses Knistersalz Wissen Sie wie ich es meine So dann schauen wir uns hier erstmal In der Suche hier mal rum Jetzt finden wir hier noch Sachen Die wir brauchen können Und hier haben wir ein metallisches Dings Okay da sind noch die Dings Okay da sind noch die Dings Ich suche mir ein paar Dings Tomaten sind das hier Tomatenmünzen Was auch sonst In der Sunche Laguna In der Sunche Laguna In der Sunche Laguna In der Sunche Laguna Jetzt haben wir schon 15 Jetzt können wir bestimmt ein Outfit verkaufen So war das doch mal, 15 kostet ein Outfit im Shop, ja da müssen wir gleich hin, aber erstmal würde ich gerne, ja kommen wir doch direkt hin, hier direkt, direkt, nee also erstmal hier hin, direkt zum Shop geht es nicht, vielleicht wollen wir noch nicht drin waren, gehen wir gleich mal als nächstes hin, sehe hier noch mehr, was wir kriegen können nehmen wir mit, ein Herz für Mario, ein Herz für Klempner, aha, dann gibt es ein Gewinnspiel Ah, ok, die funktionieren, spiel eine Runde Jackpot, das spiel das von der Brutzel Ebene aus bis die ganze Welt aufbaut hat, 10 Münzen bekomme ich dann von dir für ein Spiel, wer ist mit einem Rundchen, mit Winst wirkt dir ein Mond, winkt dir ein Mond, an der Stelle würde ich mit den Chancen eingehen lassen, ok, ja, 10 Münzen für ein Spiel, äh, so, naja, das ist jetzt, schlecht, den Mond würde man da durchkriegen, die Fluchte, ja, vokt dir, versuchen wir nochmal, so schnell kann das nicht sein, verdammt, Verdammt! Das wenigstens konsequent das Herz Sonnest Das können wir hier auch Drei verschiedene machen Muss ich mich nur ein wenig konzentrieren jetzt hier Konzentration 30 haben wir hier schon ausgegeben Wonach kommt der Mond? Nach dem Nach dem Herz kommt der Mond Also nach dem roten Herz Sehr schön Also wir müssen auf das rote Herz warten Und dann Sehr schön Verdammt! Na toll Ihn können wir trotzdem nochmal Wo geht denn das hin? Ach komm So nochmal Ich glaube unser Einsatz gehen wir auch nicht wirklich zurück So jetzt Konzentration Was wir jetzt richtig zielen? Sehr schön das Ungewollt aber Hat ja geklappt Sehr schön die Hälfte haben wir So auf das will ich da hin Auf das will ich hinaus Ah ja jetzt ob Hat das Falsche getroffen Ich wollte das Ding hier Das freut dich So ein Dreck Schießt Mario mit seiner Mütze woanders hin Das ist natürlich frustrierend Fast haben wir es Na komm das machen wir doch jetzt noch Okay erstmal in der Mitte Mario hat heute nicht gerade Zielwasser getrunken Ich wollte auf die Mitte ziehen Meine Fresse Mario Mario ich wollte auf die Mitte Wo ziehst du hin? Das kann man nie genug wissen Ich kann nie genau wissen Wo der hinzieht Wie soll denn das was werden? Wie soll denn das was werden? Jetzt die letzten 2 So du sollst Hier drauf ziehen Auf das das dort Das zweite von links Und zwar Jetzt Sehr schön das letzte Kannst du doch nur noch eins treffen oder? So und zwar Na Na Jetzt Sehr schön In einem blauen Mond Checkpots im Schlammerland Na das hat ja ewig gedauert Und ich sehe hier noch ein paar Niedermünzen Das mit das eigene sehe ich Da müssen wir erstmal hoch kommen Da müssen wir erstmal hoch kommen 120 Da sehe ich noch mehr Da kann man sich ordentlich was kaufen Die Dose macht aber Lärm Oh Oh Ich sehe ein Luigi Dings Lassen wir mal da jetzt hoch kommen Wandsprung Eine Notpflicht Das soll eine Zutat sein Das soll eine Zutat sein 30 Ausrufezeichen Ok Die Mönche lassen wir mal stecken Die Mönche lassen wir mal stecken Jetzt würde ich mal zum Shop gehen Ich kaufe ein bisschen ein Was haben wir hier so schönes im Angebot Oh eine Kochmütze Ist gekauft Jetzt umziehen Und koche in die Form In die Malersache Lassen wir erstmal gut sein Ok Für 10 könnten wir uns Sticker kaufen Summonier Gabeln Möseplätze Ok Da würde ich lieber auf 10 sparen So dass wir jetzt auch passen Vielleicht für Stemmerland Koch Uniform Das Wichtigste So ein Mustermix Kapper Clowns Uniform Sind ruselige Clown Na warum nicht Hier können wir mal das hier Mit des Clowns Dingsumme hier Lass mal kaufen Geld haben wir ja Das hier auch noch hinterher Wofür wollen wir es denn sonst ausgeben Verzeihung So hier noch das Schicksche hier Ich habe meinen Shop leer gekauft Damit wir es im Regal haben Oh und jetzt können wir uns den Rest nicht mehr leisten Ja gut Ich komme später nochmal wieder Paar Schult fehlt uns noch So ein paar Münzen kriegen wir doch schnell Diese Dosen Also wo soll es jetzt lang funktionieren Ein bisschen Ausblick Da müssen wir hin Darüber Darüber Aber wie kommen wir da hin Wahrscheinlich über den Schleimdings Ja genau dort Darüber Da im Flank Ok so können wir sind Können wir die Bären dort reinwerfen Da kommen die Münzen raus Und Goldmünzen Da kommen die Münzen raus Gold sind es alle So Hier gibt es noch Münzen Erstmal Erstmal Und jetzt Und jetzt Und dann Und jetzt Wenn dieiése Ich komme da hoch Nein Nein Das fresse Ich bin jetzt in letzter Zeit Mit meinen Münzen anfällen Vielleicht solls ich mal damit zum Arzt. So, ich leh mal hoch. Weit vermehrt in Videos, das ist in letzter Zeit öfters bemerkt, dass ich immer so ein bisschen Husten kriege. Hört es nicht schön am Video und ist auch nicht schön. Ist nicht gefährlich, ich meine auch dick hier nicht, aber trotzdem. Irgendwas ist da noch nicht ganz koscher. Oh, ein Kochbubber, was der wohl so gekocht hat. So. Wir brauchen unbedingt das Fleisch da oben, um unserem Schlemmeintopf den letzten Wurf zu verleihen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Vogel immer dem Vulkan sich schnappen wird. Du fragst Dich, wohin er marschiert ist. Ganz einfach, wir legen es in Salz ein, bevor wir es dem Gericht hinzuführen. Achso, wohin es mariniert ist. Ich hatte das mal gerade marschiert. Das ist rohlich. Okay, das verlässt dem Ganzen noch etwas mehr pfiff, köstlich. Käse. Was ist der Käse hier? Achso, die Dinger können Hammer werfen. Hammer Bruder, das ist echt der Hammer. Bio Dust. Hehehehe. Ich schmecke das gerne. Pfannenbruder. Zirtenhammer. Werft dich ein Pfannenbruder. Werft dich an Pfannenbruder. Okay, und werden wir hier bei Ihnen los. Ah ok, das bleibt Neuer. Manuel Neuer. ich mit die Tür ok, wir kommen gleich jetzt ran Wasserbehälter oh je aha, aha, aha von unten kommen wir nicht rein hier machen wir es am dümmsten ein Trammbruder ich möchte erstmal hier hoch auf den Käse graben da gibt es nur an Münzen sehr schön und auch goldene Münzen haben wir jetzt einigermaßen bekommen hier wird er weggefahren aha, ein Hebel das ist wie der röse mag den Bruder muss man auch noch alle gehen jetzt kriegen wir es gleich mit ihm zu tun nein, der steckt was so genau das neuer zack, sehr schön ein neuer Mond und dann den Käsefelsen ein Mond für dich und weiter geht's entsteht ein Maisplateau Topf auf den Vulkan Tauch ein sehr gerne holen wir uns den bösen Vogel ich sehe doch schon eine heiße Tomate Pökelplateau mhm, heiße Tomaten da zeige ich euch durch beim letzten in der letzten Aufnahme schon was gesagt finde ich einfach äh, das ist, ich finde einfach finde ich einfach gar nicht lecker häße Tomaten da kannst du nicht mitkriegen das ist halt echt finde ich echt der Hammer das ist meine Aufmerksamkeit häße Tomaten schwärme ich echt für hier ok, ein bisschen hoch deswegen kann man hier springen und hier hoch sehr gut kriegt hier nochmal einen Kollegen ähm, scheinbar nicht ok, wie kommen wir jetzt hier rüber Einfach springen, Giovanni Mau. Oha, Mario ist unbindbar, wenn er einmal ins Wasser anwendig war. Wenn er ins heiße Wasser gesprungen ist, nichts zu wendigen. Jetzt nehmen wir die abgesundliches heiße Lava Wasser. Okay, heiße Tomate. Ah, okay, hier müssen wir mal... Okay, müssen wir uns hier einen besuchen. Verdammt, verdammt! Okay, es hat nicht ganz geklappt, wie es sollte. Rein hier. Und... Tja, also ein bisschen Wandsprung ist ein bisschen effektiver. Aber da kommen wir jetzt nicht ran. Okay. Das ist die 15. aus. Nein, wir dürfen uns jetzt nicht treffen lassen. Sonst sind wir uns alle aus. Und noch ein Herz. Da oben ist ein Hügel, da müsste es was geben. Aber... Geht es hier erstmal weiter. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Es ist... Aus und vorbei. Süß hier also nochmal. In dem sitzen wir die Kochmütze auf. Schade, dass die nicht am Meer wird. Dass er dann nicht die Kochmütze auf hat. Aber es wird euch zu viel verlangt. Oh nein. Oh nein. Da kommt mal Licht da ran. Oh nein. Da käme ich jetzt gerne ran. Ich käme hier gerne. hier, und das Ding ran, sehr schön, die zieht hier erstmal hoch, da gab es noch eine Geheimtür, die nutze ich natürlich, wenn ich nächstes Jahr schon mal gesehen habe, na komm, muss ich ja noch erwischen, hoha, wird es hier nicht runterfallen, sagt er. Das Treffen mit der Mütze muss ich auch nochmal geben, da muss ich auch mit meinen Mützenparcours durchmachen, warum das noch nicht funktioniert, warum diese Schlemmmasse hier funktioniert, ist auch ein anderes Rätsel, in der Luft schwebende Flüssigkeit ist jetzt, naja, ok, da gibt es einen Mond, aber wie komme ich da jetzt rüber, das ist natürlich schwierig, und seines gibt da drin noch einen, gibt es noch einen, und wie soll er da rüber kommen, so weit springen, so weit springen, ah ok, in die heißen Tomaten kann er rein, das ist gutes Gebiet für den, jetzt da machen wir Sprung, ok, jetzt hier in die Tomate rein, sehr schön, und jetzt hier weiter, uha, vorsichtig, jetzt wird es knifflig, lieber langsam und vorsichtig, und schnell und uff, lieber langsam und vorsichtig, schnell und uff, lieber langsam und vorsichtig, das dauert zwar dann ein bisschen länger, wir kommen zu weniger, aber, aber, ja, nochmal von vorn, ok, dann kommen wir dann im nächsten Part zum Vogel, ok, wo wollen wir überhaupt hin, da hinten gibt es noch einen Mond, hoffentlich, wo man das jetzt, der Mond, den wir da schon geholt haben, und macht das jetzt hier um sonst, für Nix und wir Nix, das mit dem Drei, den wir Das muss noch geübt werden, das ist schon eine Sache hier, na komm, das wäre doch eine Idee, wenn wir das jetzt noch schaffen würden, das wäre doch eine tolle Sache. Und was denn, ich bin doch, ich war doch, wie denn? Das sind die Zielübungen hier, egal ob es den Mütz auf dem, das Käppern oder das Treffen von der Ebene hier, das muss man hier nochmal üben. Vorsichtig. Musik 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 Okay, na komm, jetzt gezielt, ach verdammt, ich kann das nicht, was soll denn da noch groß sein, vergessen muss, okay gibt es noch was für den Hammer Kollegen hier, für den Pfannkollegen, lassen wir jetzt hier nochmal treffen, ach den brauchen wir jetzt nicht, abgehauen hier, wir hatten das geübt, hier, drüber balancieren, auf nach oben, pückelplateau, okay, hier haben wir den Fleischbraten, ich würde sagen, hier machen wir das nächste Mal weiter, weil da geht es dann wahrscheinlich direkt nach oben, wenn wir hier drauf springen, geht es direkt weiter in den Topf, also hier vor diesem Fleischpückelbratenstück, bleiben wir mal stehen, wie sagt ihr mich nach oben und solltet euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr seid und den nächsten Part nicht verpassen wollt, danke fürs Zuschauen, im nächsten Part geht's weiter, mit dem Bosskampf gegen den Vogel da oben, also haut rein da, bis dann und tschau! Musik 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 Musik